Koste es, was es wolle, der viel zitierte Satz impuppt sich immer mehr als Marketing-Gag der schwarz-grünen Regierung. Doch was nun die FPÖ aufdeckte, ist schier unglaublich. Die erste Corona-Welle im Frühjahr 2020 ist zwar längst Geschichte, doch noch heute, über ein Jahr später, sind noch immer zigtausende Verfahren wegen Entschädigungsansprüchen nach dem Epidemie-Gesetz offen. FPÖ-Tourismus-Sprecher Gerhard Hauser wollte nun vom neuen grünen Gesundheitsminister Mückstein wissen, wie es um die Ersatzansprüche nach dem Epidemie-Gesetz bestellt ist und wie viel Geld bisher ausbezahlt wurde. Zur Erinnerung, in der Anfangsphase wurde in manchen Bundesländern das Epidemie-Gesetz angewendet. Das Epidemie-Gesetz sieht vor, dass Betriebe geschlossen werden können, wenn bestimmte Krankheiten auftreten. Zugleich muss nach dem Gesetz aber den Arbeitnehmern und Arbeitgebern des geschlossenen Betriebes der entgangene Verdienst ersetzt werden. Als jedoch das Covid-19-Maßnahmengesetz in Kraft war, wurden die Verordnungen des Epidemie-Gesetzes außer Kraft gesetzt, um damit Entschädigungszahlungen zu verhindern. Vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten wurden zu Beginn der Krise noch tausende Betriebe von den Bezirkshauptmannschaften nach dem Epidemie-Gesetz geschlossen. Doch jetzt wird es skandalös. In Salzburg waren von 16. bis 27. März 2020 insgesamt 2.961 Beherbergungsbetriebe betroffen. Rund 2.300 haben einen Antrag auf eine Entschädigung nach dem Epidemie-Gesetz gestellt. Doch nur in 81 Fällen ist auch eine Auszahlung erfolgt. Besonders schlimm ist die Situation in Tirol. Dort sind rund 28.000 Verfahren wegen Entschädigungen nach dem Epidemie-Gesetz anhängig. 800 Anträge wurden positiv beschieden. Aber nur rund die Hälfte dieser 800 bewilligten Anträge ist ausbezahlt worden. Der Hammer schlechthin? In Vorarlberg und Kärnten wurden bisher laut Anfragebeantwortung noch keine Anträge erledigt. Von Koste es, was es wolle, keine Spur mehr. Die Situation in der Gastronomie und dem Tourismus ist dramatisch. Der Tourismus befand sich im Jahr 2020 auf dem Niveau der früheren 1970er Jahre. Hilfszahlungen gab es trotzdem keine. Stattdessen wurden die Betriebe regelrecht schikaniert. Ein Betrieb musste sogar dreimal eine Neuberechnung der Entschädigung nach dem Epidemie-Gesetz einreichen. Man stelle sich vor, man hat als Normalbürger oder als Unternehmen Steuerschulden gegenüber dem Bund oder einer Gesundheitskasse. Kann man dann diese einfach so ein Jahr verstreichen lassen und Ausreden finden, warum man nicht zahlen kann? Wohl kaum. Gerhard Hauser fordert daher völlig zu Recht ein höheres Auszahlungstempo. Sofort auszahlen. Die Betriebe warten nun schon seit über einem Jahr auf Entschädigung nach dem Epidemie-Gesetz.